Hey! Ich werde dich zu sehen, Grace. Scheiße! Blazkowicz, Sie sind ein echt harter Brocken, wissen Sie das? Was ist das? Species Müllers Roswell. Er hat alles aus der Bodenkontrolle mitgenommen und hierhin geknallt. Hat das Zeug nie ausgepackt. Er war ein guter Mann. War abzusehen. Aber ich konnte nichts tun. Was hat er gesagt? Wann? Was waren seine letzten Worte? Sagen Sie es mir. Er sagte, das war ein außerirdischer Mann. Vollidiot. Hey, Seth. Oh, Junge, wie läuft's bei Ihnen? Hallo, Grace. Gehört es Ihnen? Was ist das? Wo, wo haben Sie es her? Species Sie hatte es aus Roswell. Hat Sie mal 40 bei der Absturzstelle gefunden. Sieht aus wie, das kann nicht sein, aber das, das, oh, oh Gott. Was ist das? Oh Gott, das ist... Entschuldigung. Tut mir leid. Tut mir leid. Grace. Vielleicht fängt es an, Grace. Ein Frontalangriff. Sie sollen die Maschinen heiß laufen lassen. Volle Kraft voraus, Schwester. Ja, Mann. Wird gemacht. Wir sind unterwegs zur New Orleans-Zone. Kommen Sie, Blazkowitsch, setzen Sie sich. In der Zone gab es eine der letzten Widerstandsgruppen Amerikas, angeführt von einem Mann namens Horten. Nach dem Krieg baute das Regime Mauern um die Stadt. Und dann trieben sie alle unerwünschten Personen zusammen und brachten sie dorthin. Horten und seine Kameraden stecken da fest und harren unter den schlimmsten vorstellbaren Bedingungen aus. Aber seit den jüngsten Vorfällen hat das Regime den Druck erhöht. Todesschwalterungen stürmen die Städte und bringen die Leute um. Gottverdammt, sie töten alle in der Stadt, bis keiner mehr übrig ist. Wir müssen was tun. Dann los. Also ist Ihr neuer Körper denn bereit für die Schlacht? Bereiter als je zuvor. Ich fühle mich unaufhaltsam, wie ein verdammter Güterzug. Sie sind ein scheiß Güterzug. Also bevor wir in New Orleans ankommen, müssen Sie noch einen Abstecher nach Manhattan machen. Lesen Sie die Einsatzbeschreibung. Aktivieren Sie die Kriegskarte und laden Sie die Infos für Manhattan. Verstanden. Oh, und Blazkowitsch. Ein Gutes hat dieser ganze Mist gebracht. Ja, was denn? Hm. Ihre Hinrichtung ist überall in den Nachrichten. Das Regime glaubt sie sein Tod. Die werden sie nie kommen sehen. Ja, das stimmt auch wieder. Wie soll ich denn die scheiß Karte lesen? Oh. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell, Blazkowitsch. Die Strahlung da unten ist hoch. Ach ja, ich habe ja jetzt keinen Anzug mehr. Fug. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Blazkowitsch, finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Keine Sorge. Kriege ich schon hin. Irgendwie. Okay. Boah, ich muss echt jedes Zeug nehmen. Sonst habe ich Arschkarte. anschauen. Ich bin hier. Komm schon. Wo sind die Gegner und wo muss ich hin? Da. Ok. Wow, 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 wow. Oh. Oh. Oh, komm schon. Das Regime hat die gestorbenen Daten in der Kommandozentrale. Sie müssen irgendwie da rein. Meinst du so? So. Ist am besten, oder? Ok, und jetzt? Dankeschön. Ich brauche erstmal die Waffen hier. Hey, Granate. Granate. Danke. Danke. Ok, jetzt schön langsam. Komm. Unhanced? 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 Schießt die eine Kaboom! Das ist schön, nicht da? Ja Dein, ok Achtung, halten sie ihre Papiere bereit Äh, ja Finde ich auch immer wieder lustig Hochmodern, aber dann Lochkarten Limmel erreicht Danke Dallak, gut Yeah Waffen Was? Okay, den holen wir uns direkt so Ich mag die Knabe Ja Wo ist der? Dankeschön Jetzt sagt mir nicht, der ist unter mir Ich würde liebend gern erst den Kommandanten ausschalten Okay, so geht's auch Ne, ich bleib bei Feuer Das tut mehr weh Limit erreicht Limit erreicht Limit erreicht Oh man, dass ich das mal habe Hör mal Seht das mal Haben sie was gesehen? Haben sie was gesehen? Nö. Okay. War ja klar. Kommt dann ein kleiner Fort um die Ecke. Kommt hier für welche oder was ist das schon? Ich hab nicht mehr Schaden genommen. What? Euer Ernst? Wow. Echt cool. Hammer. Okay, die Knarre ist auf jeden Fall echt cool. Ja, da unser neuer Körper. Lecker. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Danke. Die Waffe hätte ich bei New Order gebrochen können. Mann. So viele Gegner wieder immer kamen. Flammenwerfer ist immer gut. Oh Gott. Äh. Hallo? Startkabel. Ich schätze mal, ich muss da lang, oder? Wow Hallo Wow Wow Au Autsch Ja 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 komm mach an Boah Was Da ist noch einer Ah sie Boah Okay ich brauch ne Laserknarre Oh 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 He is dead, Ozzy. Adieu! Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Yay! Läuft, wo ist ein anderer? Okay, die Laserknarre ist besser gegen solche. Läuftpistole auf Dosen schießen. Aha. Jetzt sind die Dosen größer und die Waffen. Ha. Ja. Okay, ich muss da heilen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas zu suchen, oder? Limit erreicht. Wow. Madjub. Tür auf. Danke. Der Aufzugsschacht scheint der einzige Weg zu sein. Das wäre, äh, wo, da. Das wäre, äh, wo, da. Ist hier keine mehr, oder wie, oder was? Ich sollte mal die Fresse halten. Wieder reißt. Okay, die zwei sind direkt nebeneinander. Das ist gut. Finde die New Orleans Unterlagen. Okay, jetzt muss ich erstmal die zwei Deppen finden. Und einmal rumgehen. Warum auch nicht, ne? Die bauen ja gerne immer rund. Das hört sich an, als hätte ich die ganze Zeit hier so ein Nuklear-Räder um mich rum. Wow! Mein Kommandante! Wow! Toll! Jetzt weiß ich nicht, wann er sich umdreht. Nix! Wow! Oh! Okay! Party angesagt! Ah, wo ist so ein... Toll, wie sind die? Da geht's. Oh! Was ist das? Oh! 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 Kampfpistole? Moment, war es das jetzt? Hallo, Granate? Okay, das war's. Sorry. Da oben. Hauptinformationsbüro. Warum müssen die eigentlich immer so aussehen? Oh, das hatten wir lange nicht mehr. Oh. Die Friedensbringerbombe. Aha. Aha. Oh, ja. Da. Aha. Reisenaktivitätsabende. Werden sie Atomsolder? Nee. Geh heim. Stichwort. Moment. Wieso bin ich doch mal grün? Hä? Hä? Ja, 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 ja. Ach, das Ding. Ach, das Ding. Oh, fuck. Wo lang? Ich bin hier nicht mehr raus. Moment, nicht da lang. Hier lang. Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch rein. Achtung. Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter legen sie umgehend ihr Atemgerät an. Ich wiederhole. Nördliche Dekontaminationskammer beschädigt. An alle Mitarbeiter legen sie umgehend ihr Atemgerät an. Ja, wie denn? Danke. Hä? Ich zeig grad gar nichts. Wie komm ich denn dahin? Wie komm ich denn dahin? Wie komm ich hier lang? Oh, danke. Danke, danke, danke. Oh, fuck. Klar. Ja. Meinst du da? Ich krieg jetzt das mehr auf die Fresse. Glaub mir sowas von auf die Fresse. Es hat dann auch ein Krieg auf die Fresse. Ja, Blazkowitsch. Ich seh dich. Bin gleich da. Ah. Mann, ist ja mal wunderbar, dass ich so lange überlebe. Ja, Blazkowitsch. Ich seh dich. Victoria. 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 Heute. Erfahren Sie, dass Sie sich mit den Falschen angelegt haben. Kommt her und freut mich, ihr Faschistenschweine. Und wenn wir euch heute Nacht mit einem Messer oder gezeigten Fäusten gegen das Regime kämpfen ziehen, gehört ihr zu uns. Heute Nacht werden sie brennen. Mein Kanzler. Mein Kanzler. Mein Kanzler. Mein Kanzler.